Hey, wir gehen alle wählen, euer Kreuz wird uns zählen, es liegt in eurer Hand, ihr habt das Recht zur Wahl. Schau mal Maja, wir haben Post bekommen. Zeig doch mal. Die Wahlbenachrichtigung ist da. Ach, eigentlich weiß ich gar nicht viel über Politik. Politik ist aber wichtig und geht uns alle was an. Ich hab da noch was. Deutschland ist eine Demokratie. Das Wort Demokratie kommt aus einer alten Sprache. Demokratie bedeutet, das Volk herrscht. Demokratie findet auch im Alltag statt. Zum Beispiel bei einer Bewohnerbesprechung. Hier wird abgestimmt, was die Gruppe am Wochenende unternimmt. Das Volk sind alle, die in einem Land wohnen. Also auch du und ich. Diese Menschen nennt man Bürger. Jeder Mensch darf frei entscheiden und jede Meinung ist gleich viel wert. Jeder soll mitbestimmen. Aber es können nicht alle, die in Deutschland wohnen miteinander reden und entscheiden. Aber es können nicht alle, die in Deutschland wohnen, miteinander reden und entscheiden. Ein Politiker vertritt viele Menschen. Politiker, die im Bundestag sitzen, nennt man Abgeordnete. Der Bundestag ist ein Gebäude in Berlin. Der Bundestag wird auch Parlament genannt. Die Abgeordneten im Bundestag treffen wichtige politische Entscheidungen. Zum Beispiel Entscheidung zur Umwelt, zu Frieden und zu Geld. Alle vier Jahre können wir Bürger, also auch du und ich, die Abgeordneten neu wählen. Wählen darf man, wenn man über 18 Jahre alt ist und wenn man ein deutscher Bürger ist. Wer wählen darf, bekommt eine Wahlbenachrichtigung. Also, wer mitbestimmen will, muss wählen gehen.